Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Wii Sports. Im letzten Part haben wir Tennis gemacht und am ersten Part wollen wir eines meiner Lieblingssportarten machen. Das war Baseball. Und wir legen auch schon los. Los geht's. Mit Baseball. Playball. So. Dann wollen wir mal. Sehr guter Schlag. Aber leider nicht da wo er hinlandt. Sollte. So. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Wollt ihr eigentlich auch ein Let's Play zu Wii Party sehen? Ähm. Ich habe schon mal eins gemacht. Und zwar auf meinem ersten Kanal. Und ich dachte mir vielleicht nochmal nach oben. zu 0 für mich. Okay. So. Foul. Boll. Und zwar auf dem Fall. So. So. das habe ich noch nie gehabt 3-0 vor wie nach diesem katastrophalen park von superman galaxy 2 gehe ich vorher laut genommen habe brauche ich jetzt etwas entspannender ist und das ist wie sports weil ich das letzte war auch noch am laufen habe das heißt ich habe jetzt zwei projekte am laufen also aktiv am laufen final fantasy nicht ganz ehrlich sagen und ich hatte einen bock drauf superman galaxy superman maker 2 naja und jetzt sind wieder pitcher jetzt kommen hier mit dem steuerplatz um und unten die bälle wählen und werfen die Seitenwechsel mit Zivilgeschläger. Ja, wie das klingt, der Schläger. Ich werde auch bald noch ein Let's Play zu einem Nachfolger starten. Nach Wiespots kommt Wiespots Result. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Foul Ball. Was war das für ein Eierball? Noch steht es 3-0 für mich. Foul Ball. Foul Ball. Foul Ball. Foul Ball. Foul Ball. Wiespots Sperm Ball. Was bei diesem Spiel cool ist, wenn ich hier Pause drücke, sagt der Sprecher hier Timeout. Das finde ich gut. Finde ich lustig, weil das sagt er bei anderen Sportarten nicht. Nämlich nicht. Ist auf jeden Fall einer meiner Liebensport an, neben Bowling, oh jetzt 3 zu 2, jetzt müssen ich mal ein bisschen aufpassen hier, okay. Das Spiel geht manchmal unterschiedlich lang. Führung ausgebaut. 4-2. Jo, faul. 1-2. 1-2. 1-2. Und ein weiterer Homerun. 5-2. 6-2. Und der Schlag aber leider nicht dahin, wo er hin sei. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. Und ein weiterer Homerun. Oh yes. 5-2. 5-2. 6-3. 4-3. 1-2. 1-2. 1-2. spiele ich wie sports und baseball klappt alles wieder nicht so wie bei supermark galaxy 2 der part war ja schrecklich eine halbe stunde nur ein level naja ihr werdet ihr den partier sehen mal 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 9 zu 2 Das habe ich auch noch nie gehabt, diesen Spielstand hier 10 zu 2, what the fuck? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Halter, wie lange geht das denn noch? Ja okay, wir sind im dritten Inni Es ist ja klar, dass wir nochmal pitchen müssen Strike 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 Batters out Ball Gewonnen! In your face Jawohl Guckt euch das bitte mal an Die gibt ja gar keine Chance Gut Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch Bowling hinterher schieben Zeit hätten wir noch dafür Und ich denke Was machen wir auch? Sonst wäre der Part ja schon wirklich ein bisschen kurz So Jawohl Also Leute, wenn ihr zocken wollt Und ihr wollt euch aber entspannen Und nicht aufregen Dann spielt WeSports Das empfehle ich euch Oh, fast ein Strike Fast ein Strike Und noch ein Spare Hm, jetzt habe ich ein Problem Nehmen wir mal die Außen hier Wieder so eine Zwickmühle hier Oh, das war richtig gut Der eine hat den noch getroffen Fast ein Strike Ich muss euch mal eine Geschichte erzählen Ähm, jetzt habe ich nichts geworfen Damals, wo ich das mit meiner Mutter viel gespielt habe Ähm Sie immer Strikes geworfen Immer Ja, jetzt mal ehrlich, Leute Welches Kind hat nicht mal mit seiner Mutter WeSports gespielt? Jetzt mal ernst Das hat doch jedes Kind gemacht, oder? Wo das Das erste, was man mit seiner Mutter gemacht hat Wo man die We zu Weihnachten oder zu Geburtstag geschenkt bekommen hat Das, was hat man gemacht? Ja genau WeSports Oder WeSports für das Wort gespielt Ist doch klar Oh Ich bin voll gut Ich weiß da auch nicht die Kugel da hinten Ich hätte auch mal wieder nichts dagegen Mal im Real Im Real-Life-Bowling spielen zu gehen Oder Kegeln Hätte ich nichts geben In der Partie Nur 161 Ja Leute Im nächsten Part machen wir dann Golf und Boxen Und Und Den Ähm Den WeFitness Test Machen wir dann wahrscheinlich im vollen Im letzten Part Äh Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns dann im nächsten Part Also bis dann und Ciao Ciao